Zu einem richtig guten Gaming-Setup gehört auch ein guter Monitor. MSI hat zur IFA 2022 hier einen für uns mitgebracht. Das ist der Optics MEG38 Monitor. Es handelt sich dabei um einen Curved Monitor mit 38 Zoll Bilddiagonale und 175 Hertz Bildwiederholrate. Wir haben hier einige Besonderheiten zu bestaunen. Zum einen unterstützt dieser Monitor G-Sync Ultimate. Und das bedeutet, dass hier extra für das G-Sync noch ein Sensor verbaut ist. Der sitzt hier oben und er braucht sogar auch noch einen Lüfter. Also heutzutage werden Monitore richtig wie zu Computern. Aber dieses G-Sync Ultimate hilft dazu, dass die Bilder nicht zerreißen. Im Prinzip heißt es ja, dass die Bildwiederholrate des Monitors sich an die Bildwiederholrate der GPU anpasst. Also super gutes Zocken mit G-Sync. Dann haben wir hier noch unten die schicke RGB-Beleuchtung. Die ist einfach so ein bisschen zur Ambient-Beleuchtung da. Oder ihr habt Spiele, die mit diesem SteelSeries GameSense kompatibel sind. Und das bedeutet, dass ihr zum Beispiel in Counter-Strike hier über diese Leiste eure Leben noch seht. Und noch ein cooles Feature. Dieses MSI nennt es Human-Machine-Interface. Und hier rüber kann man wie beim MSI-Computer einige Parameter einstellen über so einen Drehregler. Sehr praktisch auf jeden Fall. Fühlt sich auch sehr wertig verarbeitet an. Wir haben diesen coolen MSI-Monitor natürlich auch schon im Sortiment. Aktuell kostet er bei uns um die 2000 Euro.